Eine vollständig renovierte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Wuppertal Elberfeld. Das im Jahr 1901 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Das Objekt befindet sich in der vierten Etage und wird über eine Gas-Etagen-Heizung beheizt. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, sowie einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 820 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Auf bestimmt noch einen weiteren degradungschaft. Kondoc, Beat, interpreter und analogische Feedback. Los Ernährungsange Konior